Salzgitter hat viele schöne Orte und Sehenswürdigkeiten. Dazu gehört allemal der sogenannte Bismarckturm, der sich auf dem 264 Meter hohen Hamburg in Salzgitterbad befindet. Der Aussichtsturm wurde zu Ehren des Altkanzlers Bismarck im Jahre 1900 vom Harzverein Salzgitter errichtet. Er besteht aus einem 5 Meter hohen Steinsockel und einer 12 Meter hohen Stahlkonstruktion, welche aus vier Plattformen besteht. Von oben hat man einen wundervollen Blick auf Salzgitter und das Umland. Besonders für Wanderer ist der Bismarckturm ein toller Stopp. Der umliegende Wald gehört zum Landschaftsschutzgebiet Salzgitter Höhenzug und bietet verschiedene Wanderrouten, zum Beispiel zum Reihersee. Außerdem befindet sich in der Nähe des Turms eine Stempelstation für den ILE-Freizeitstempelpass. Wenn Interesse an dem wunderschönen Ausblick vom Bismarckturm auf die Landschaft besteht, muss man sich als Gruppe allerdings vorher bei der Touristinformation anmelden, da der Turm derzeit geschlossen ist. Die tollen Wanderrouten und der Blick vom Boden aus stehen natürlich jederzeit für Wanderer und Ausflügler zur Verfügung. Aber allein schon der Weg zum Bismarckturm bietet ein wundervolles Naturerlebnis für Jung und Alt.